Auf dem Caravansalon in Düsseldorf wird ja ganz gerne immer der nächste Wohnmobil, Wohnwagen oder Campervan-Kauf getätigt, denn ihr kriegt da immer Benefits noch obendrauf und das ist auch der Grund dieses heutigen Videos. Wir zeigen euch heute, welche Hersteller was machen und was ihr bei den Herstellern dazu bekommt, wenn ihr auf dem Stand im Caravansalon Düsseldorf kauft. Wir haben einmal den Hersteller Detlefs, den Hersteller Leica und den Hersteller Hymer. Von Sunlight gibt es leider keine Aktion, Sunlight wird auch nur minimal vertreten sein und Niesmann und Bischof hat auch nur eine Ausstellung. Die ganzen Neuheiten zu den ganzen Fahrzeugen, dazu haben wir auch ein Video gemacht, das müsste schon hochgeladen sein. Das verlinken wir euch dann auch einfach in der Videobeschreibung oder findet ihr hier oben. Heute geht es aber darum, was bekommt ihr, wenn ihr auf der Messe bei den einzelnen Herstellern kauft. Damit das Ganze nicht so informationsüberladen wird, haben wir euch Timestands unten reingepackt. Da könnt ihr nachschauen, was euch spezifisch interessiert, zum Beispiel Detlefs Caravans oder Detlefs Reisemobile. Bei Detlefs ist es auch sehr unterschiedlich. Also wir werden es auch euch immer einblenden, euch das vereinfachen, was es da eigentlich Einzelnes gibt. Ansonsten, und das ist auch ganz wichtig, wir sind auch auf der Messe vertreten. Wenn ihr konkret über einen Kauf nachdenkt für die einzelnen Hersteller, dann sprecht uns gerne auf der Messe, also Grümmer Wertheim oder Grümmer Mannheim auch an. Wir helfen euch dann natürlich gerne weiter und geben da auch Informationen. Und sonst bekommt ihr das natürlich, bekommt ihr diese Informationen auch von anderen Händlern, die dann vor Ort sind. Und eins ist auch klar, rabattmäßig werdet ihr auf der Messe, glaube ich, nochmal ein Stückchen besser fahren als sonst. So ist es zumindest dieses Jahr. Fangen wir an mit dem Hersteller Hümer. Von Hümer gibt es jetzt keine preislichen Rabatte oder irgendwelche Aktionen, wo er irgendwie eine Sattanlage günstiger bekommt oder sonst was. Nein, Hümer hat nämlich gesagt, wir verzichten bewusst auf so eine Rabattschlag, Preiskampf, whatever. Wir machen was ganz anderes, was Handfestes, denn es gibt bei Hümer einerseits eine Preisgarantie. Also Fahrzeuge, die ihr auf der Messe kauft, haben eine Preisgarantie. Viele Hersteller sagen auch, ja, das ist mittlerweile, es sollte wieder selbstverständlich sein. Aber bei Hümer ist es auch selbstverständlich. Das heißt, wenn ihr auf der Messe auf dem Hümer-Stand kauft, dann könnt ihr euch sicher sein, dass dieser Preis in jedem Fall gehalten wird. Es ist auch so, wenn ihr auf der Messe kauft, könnt ihr noch einen günstigeren Preis erzielen wie zum 1.11. Denn da wird es bereits dann die nächste Preiserhöhung geben seitens Hümer. Deswegen seid euch bitte bewusst, dass ihr bis dahin auch euren Hümer kauft. Und wie gesagt, auf der Messe bietet es dann eben diese Preisgarantie. Wie es danach aussieht, das kann ich euch jetzt nicht genau sagen, aber auf der Messe nochmal explizit darauf hingewiesen. Der zweite Punkt ist eine Liefergarantie. Liefergarantie heißt also, wenn ihr einen Hümer auf der Messe bestellt, dann bekommt ihr einen garantierten Liefertermin für dieses Fahrzeug im Falle eines Mercedes bis zum Februar 2024 und bei den Fiat-Modellen bis zum März 2024. Also eine Art Liefergarantie, dass ihr garantiert dieses Fahrzeug bis zum Februar für Mercedes und bis zum März für Fiat-Modelle bekommt. Sprich, um euch mal das Beispiel zu verdeutlichen, ihr habt jetzt einen Masterline oder einen BMC, das heißt einen Mercedes-Aufbau. Ihr bestellt den auf dem Hümer-Stand zum Beispiel bei uns, bei der Firma Gümer und kauft dieses Fahrzeug auf der Messe, dann habt ihr einen garantierten Liefertermin bis zu diesem Datum. Das heißt natürlich auch, wenn Fahrzeuge nicht mehr änderbar sind oder im Vorlauf sind oder sonst was, dann könnte man das Dispositiv irgendwie umschichten, dass es funktioniert mit eurer Neubestellung. Das gleiche gilt dann auch für Fiat, wenn ihr jetzt einen Fiat-Camper-Van habt oder einen Axis, dann bestelle den und bis zum März 2024 ist es dann garantiert. Also das gibt es seitens Fümer, sonst gibt es da keine Aktion und die nächste sprechen wir gleich direkt an. Jetzt geht es nämlich weiter mit Detlefs. So, das nächste ist die Firma Detlefs, da wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Ich habe hier ein paar Dokumente vor mir liegen, die ich jetzt einfach mal der Reihe um durchgehen werde. Wir werden es euch dann nochmal einblenden, was es da speziell gibt. Verzeiht es mir auch, dass ich das ein oder andere mal kurz ablesen kann, weil das auswendig zu können, das hätte jetzt natürlich noch ein, zwei Tage in Anspruch genommen. Es geht los mit den Modellen. Wir fangen beim Wohnwagen an bei Detlefs. Wir haben C-Joy, C-Go und Aero. Da bekommt ihr entweder ein Cashback in Höhe von 899 Euro oder wenn ihr ein Stockbett habt oder ein Stockbett-Grundriss, dann bekommt ihr das Stockbett, ein zusätzliches Stockbett kostenlos, was auch einen Wert von 899 Euro hat. Das ist eine Aktion, die gilt für die Baureihen. Ich wiederhole es nochmal, C-Joy, C-Go und Aero. Sowohl auf die 23er als auch auf die 24er Modelle, die ihr dann neu bestellen würdet. Also behaltet euch das im Hinterkopf. Das bekommt ihr bei C-Joy, C-Go und Aero on top. Das nächste wären die größeren Wohnwagenmodelle, also es heißt Camper, Nomad, Bedouin. Dort gibt es zum Beispiel auf Bestandswagen 899 Euro, also die gleiche Cashback-Aktion, die wir auch hatten, aber nur auf Bestandswagen, also nicht auf Neubestellung. Also bitte im Hinterkopf behalten. Und ihr bekommt einen Gutschein, das heißt eine Sonderausstattung im Wert von 4.000 Euro gibt es nochmal on top. Also was man auch dazu sagen muss, da wird auch ein bisschen was getragen von seitens der Händler, aber das ist schon mal ein garantierter Rabatt, den ihr auf Sonderausstattung bekommt. Ihr dürft also im Wert von 4.000 Euro euch Sonderausstattung dazu packen und zahlt diese in Anführungszeichen nicht. Das ist auf jeden Fall auch ein tolles Angebot seitens Detlefs. Dann geht es weiter mit den Urban Vehicles bei Detlefs. Das sind ja die Detlefs Globe Vans zum Beispiel. Da gibt es auch eine Neuigkeit, die wir euch zeigen werden oder die wir euch dann im anderen Video nochmal genauer erklären werden, aber ich muss sie auch hier jetzt nochmal kurz anreißen. Also es gibt das Dotz-Paket on top. Der Inhalt des Dotz-Paketes sind Fenstertaschen hinten links und rechts, der Matratzentopper und die textilen Dachschränke beim Globe Van. Die bekommt ihr kostenlos beim Kauf eines Globe Vans auf der Messe oder jetzt beispielsweise auch bei uns in Wertheim on top, also umsonst. Und das bekommt ihr sowohl auf Bestandsfahrzeuge der Händler als auch auf Neubestellungen. Das gilt für alle Ford Globe Vans. Dann gibt es eine neue Markteinführung, nämlich ein Fiat Urban Vehicle auf Fiat Basis. Es ist auch diese Zero Basis, wo auch der Proace und der Saphira drauf sind. Aber Detlefs bringt das neu raus. Und wie gesagt, wenn das Video öffentlich ist, dann ist es schon veröffentlicht worden seitens Detlefs. Und dort wird es einen Markteinführungspreis geben. Also ein Fahrzeug im Wert von 69.970 Euro. Da ist zum Beispiel die Dieselheizung dabei, das Fahrerassistenzpaket, das Navigationspaket. Das bekommt ihr zu einem Preis von 64.999 Euro. Und das wird auch ein Messeaktionsangebot sein. Also das wird praktisch ein vorgegebener Rabatt seitens Detlefs sein, den ihr auf diesen Fiat Globe Van bekommt. Also das unbedingt auch auschecken. Ist auch interessant. Machen wir weiter mit den Camper Vans. Da gibt es jetzt auch wieder Unterscheidungen. Wir haben ja Camper Van Ford und Camper Van Fiat oder Stellantis in Anführungszeichen, weil da ist ja auch der Peugeot dabei. Da ist es ganz einfach. Ihr bekommt oder könnt euch aussuchen, ob ihr entweder ein Schlafdach zum Sonderpreis haben wollt. Das heißt, bei einem Globetrail 600 zum Beispiel oder 640er von Detlefs auf Fiat-Basis oder Peugeot-Basis, whatever, bekommt ihr das Schlafdach zum Sonderpreis. Das heißt, das Schlafdach kostet 5.999 Euro und ihr bekommt es zum Messepreis von 3.999 Euro. Also ein Preisverteil von 2.000 Euro. Oder, also ihr könnt entweder oder wählen, für beispielsweise diejenigen, die kein Schlafdach haben. Macht dann auch das Multimedia-Paket oben on top, also kostenlos nochmal Sinn. Bei diesem Multimedia-Paket ist dann beispielsweise auch ein Navigationssystem vorne mit da drin im Wert von 1.599 Euro. Also ihr könnt wählen, entweder ihr nehmt den Sonderpreis für das Schlafdach oder eben das kostenlose Multimedia-Paket, was ihr dann on top bekommt. Wenn ihr natürlich ein Schlafdachfahrzeug habt, dann macht die Schlafdach-Aktion Sinn. Wenn nicht, dann eben das Multimedia-Paket. So, Campervans gibt es bei Detlefs auch von Ford. Da gibt es von vornherein bei Kauf eines Ford Campervans die 1.748 Euro für das DOTS-Paket nochmal on top. Das beinhaltet den Navisiva von Zenec, den Zenec-Montagerahmen und den Fahrradträger-Hektüre für zwei Fahrradträger. Also das ist das DOTS-Paket, was ihr bei dem Campervan auf Ford-Basis noch on top bekommt. Eine weitere Aktion ist, und das ist jetzt auch wieder verbunden mit einer Neuheit, denn Detlefs bringt einen Campervan auf VW Crafter-Basis raus. Wird ein sehr, sehr interessantes Produkt, also checkt auch unbedingt dann noch unser Video aus, wenn wir den vorstellen. An der Stelle empfehle ich euch auch, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, weil dann verpasst ihr dieses Video auch nicht mehr. Und was auch ganz wichtig ist, das werden wir in unserem anderen Video oder haben wir in unserem anderen Video dann auch nochmal angerissen, was wir alles zu dem VW, was da noch für Informationen gelten. Aber auch da gilt ein Markteinführungs-Sonderpreis für diesen Campervan. Es wird ein 6-Meter-Campervan und da ist dann zum Beispiel schon 177 PS drin, Metallic-Lackierung, 17 Zoll Alufelgen, Nebelscheinwerfer-Assistenzpaket und das große VW-Media-Paket. Also nicht das kleine, sondern das große Rückfahrkamera, eine Vorbereitung für die Anhängerkupplung und Umfeldbeobachtungssystem Front Assist und die Fernlichtregulierung Light Assist. Das ist ein Sonderpreis von 78.999 Euro, der gilt für die Messe und auch über einen kleinen Zeitraum darüber hinaus. Da sprecht ihr am besten mal dann mit eurem Händler oder natürlich, wenn ihr bei uns kaufen wollt, gerne auch mit uns. Aber das ist eben der Markteinführungs-Sonderpreis, der für die Messe gilt. Ich kann euch jetzt noch nicht sagen, wie viel und was. Da müsst ihr dann wirklich vor Ort auch mal mit eurem Händler sprechen, aber das Fahrzeug wird definitiv dann unmittelbar nach der Messe auch teurer werden. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man zu diesem Markteinführungspreis auf der Messe dann nochmal zuschlägt. So, zu guter Letzt, die Reisemobile ist wahrscheinlich das Interessanteste für euch bei Detlefs. Da gibt es auch wieder baureihenspezifisch einige Vorteile, die ich jetzt einfach auch nochmal nach und nach mit euch durchgehe. Zum einen haben wir eine Messeaktion für den Detlefs Globus Go und den Just Go, also die Ford-Modelle. Oder die Detlefs-Modelle auf Ford-Basis, zum Beispiel der Globus Go und der Just Go. Da bekommt ihr das Automatikgetriebe kostenlos, wenn ihr das Fahrzeug auf der Messe kauft. Gilt auch für Vollaufsfahrzeuge der Händler, das heißt also da einfach mal euren Händler ansprechen. Und wie gesagt, gerne auch uns drauf ansprechen. Wir sind bei Detlefs natürlich auch mit unseren Verkäufern dann vor Ort. Das nächste ist auch wieder eine Neuheit, die ich euch jetzt hier kurz nenne, nämlich der Yoka Go. Der Yoka Go wird auch zu einem Markteinführungspreis kommen, der nochmal ca. 6.000 Euro Preisvorteil hat. Also der Yoka Go kommt dann mit 49.999 Euro. Da ist natürlich dann auch gut, wenn ihr das Video zum Yoka von uns dann auch auscheckt. Also das werden wir euch dann selbstverständlich auch nochmal hochladen. Dann gibt es noch eine Aktion auf den Detlefs Just Camp, auf den Globus E, auf den Detlefs Puls, sowohl als teilintegriert als auch als integriert, dort bekommt ihr eine Sonderausstattung im Wert von 4.000 Euro. Also ähnlich wie wir es auch bei den großen Wohnwagenmodellen hatten, nochmal als Rabatt on top. Ihr könnt natürlich euch denken, also bei diesen 4.000 Euro, die sind nicht einfach geschenkt, sondern das ist ein Gutschein von Detlefs und das wird dann natürlich auch wiederum berechnet. Also das schon mal dazu, aber diese 4.000 Euro auf Sonderausstattung bekommt ihr. Somit macht es auch Sinn und glaubt mir, bei den beiden Fahrzeugen oder bei den vier Modellen, die ich jetzt gerade genannt hatte, also Just Camp, Globus, Puls und Puls als Integrierter, da könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese 4.000 Euro als Sonderausstattung auch erreichen werdet. Also das ist schon schwer, das nicht zu erreichen. Der Just Camp ist der Detlefs auf Opel und Citroën Basis. Nur für euch mal zur Information, wir werden dann auch nochmal über den Just Camp ein kleines Video machen, ein kleines Update, aber für euch zur Information, was ihr da bekommt. Und zu guter Letzt ist jetzt die letzte Reisemobilaktion, die ich euch jetzt nenne, nämlich zum Globetrotter XXLA, also nur den Alkofen. Dort bekommt ihr, und das ist jetzt echt ein wahnsinnig krasses Angebot, das Travel-Paket kostenlos. Also das sind 7.299 Euro für das Travel-Paket, die ihr bei dem XXLA einfach on top bekommt. Was das Travel-Paket beinhaltet, damit das Video jetzt nicht unnötig in die Länge gezogen wird, wir packen es euch in die Videobeschreibung, da könnt ihr es dann auch nochmal nachlesen. So, das war jetzt natürlich bei Detlefs etwas viel. Wir blenden euch nochmal eine Übersicht ein, wo ihr nochmal sehen könnt, was es alles für Aktionen gibt. Da ist es dann nochmal ein bisschen übersichtlich. Das heißt, wenn ihr euch für ein Reisemobil interessiert, dann seht ihr das. Wenn euch ein Camper-Van interessiert oder ein Urban-Camper, dann könnt ihr das da auf jeden Fall nachschauen. Für alle Segmente gilt auch ein Preisschutz. Also Detlefs macht generell einen Preisschutz über den Messezeitraum für alle Verkäufe, die während des Messezeitraums getätigt und gemeldet werden. Also das ist dann unsere Aufgabe, was wir melden. Aber da könnt ihr euch sicher sein, dass ihr auch da eine Preisgarantie habt. Detlefs kommuniziert es auch nicht so stark, weil sie sagen, ja gut, Preisschutz sollte doch eigentlich mittlerweile Gang und Gebe sein. Aber trotzdem ist es nochmal wichtig für euch als Sicherheit, dass es dazu erwähnt wird. Und dann gibt es noch eine Finanzierungsaktion, die auch beworben wird. Es gibt einen Zinssatz von 2,99 Prozent. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, bis zu 20.000 Euro in 36 Monaten könnt ihr zum Beispiel eine monatliche Rate für 582 Euro erreichen. Das gibt es nochmal dabei. Das gilt dann über die Finanzierungspartnerbank, CA Autobank und der Sandhandlerbank. Und könnt ihr auch mit allen anderen Aktionen kombinieren und gilt auch deutschlandweit. Das heißt, diese Finanzierungsaktion wird es auf der Messe geben. Sprecht euren Verkaufsberater, den ihr dann erwischt oder natürlich uns, wenn wir es treffen. Sprecht uns darauf an, auf die Finanzierung, dass ihr darüber nachdenkt. Und dann bieten wir euch diesen Zinssatz auch gerne noch on top dazu an. So, dann geht es noch weiter mit Leica. Das ist natürlich auch interessant, was Leica dieses Jahr zu bieten hat. Wir haben da auch auf jeden Fall interessante Neuheiten. Also ich sage nur Cosmo, der wird auf jeden Fall neu und schön. Auch unbedingt unseren Kanal auschecken, denn da wird bald auch, wir schauen mal, ob es morgen oder übermorgen ist, dann ein Video zum Cosmo dann auch veröffentlichen. Und ganz wichtig, dass er natürlich unseren Channel abonniert und auch die Glocke aktiviert. Ich kann es nicht oft genug dazu sagen, aber ich glaube jetzt zum Caravan Salon ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Machen wir weiter mit Leica. Da gibt es jetzt auch verschiedene Aktionen. Die sind auch wieder ein bisschen anders aufgegliedert. Aber auch für euch auch zur Information. Also bei Leica gibt es die Wohnwelt nach Wahl. Das gilt für alle Modellreihen. Also schon mal übergreifend für alle. Da könnt ihr euer Sitzpolster und euer Rückenpolster frei wählen. Und das ist kostenlos. Ihr könnt also jetzt Kunstleder, Stoffleder oder Lederkombinationen, was auch immer ihr haben wollt, bekommt ihr kostenlos dazu. So ausgenommen, und das ist jetzt das kleine Sternchen, ist die Echtleder-Wohnwelt Milano. Die kostet ja auf dem Sitzpolster 3100 Euro. Die bekommt ihr für 700 Euro. Und das Rückenpolster Milano, das normalerweise an die 700, 800 Euro kostet, bekommt ihr für 350 Euro. Also da kriegt ihr auch schon einen wirklich starken Rabatt zustande, wenn ihr zum Beispiel Echtleder haben wollt. Bei der Milano-Wohnwelt ist es dann deutlich günstiger. Dann haben wir noch einen Zubehör-Rabatt auf die Baureihen EcoVib und Creos. Bei EcoVib ist auch der EcoVib Campervan mit eingegliedert. Das heißt, ihr kriegt 500 Euro Zubehör-Rabatt auf den EcoVib Campervan. Also wenn ihr da SRs oder Sonderausstattungen noch mit drin habt. 750 Euro Zubehör-Rabatt auf den EcoVib oder auf die EcoVib Baureihe. Also teilintegriert und integriert. Und 1000 Euro Zubehör-Rabatt auf den Leica Creos als teilintegriert. Und auch da wieder eine kleine Neuheit versteckt, auch auf den integrierten Creos. Der wird auch neu zur Messe vorgestellt. Auch Leica stellt für alle Fahrzeuge eine Preisgarantie zusammen. Das heißt, der Preis gilt unabhängig davon, wie sich die Lage entwickelt. Das heißt, vom 25.08. bis zum 3.09. Wenn ihr in diesem Zeitraum einen Leica auf der Messe kauft, dann bekommt ihr eben diese Preisgarantie auf das Leica-Fahrzeug nochmal on top. So, für die Baureihen Cosmo als teilintegriert und integriert. Dort gibt es auch die Übernahme einer Ein-Jahr-Camp-Versicherung. Die ist in Verbindung mit der CA Autobank. Da fragt ihr am besten dann nochmal vor Ort euren Verkaufsberater nach, weil das ist jetzt ein bisschen zu umfangreich und zu kompliziert. Da will ich euch jetzt auch nicht groß verwirren. Also habt das auf dem Schirm und sprecht euren Verkaufsberater auch nochmal drauf an, wenn es um eine Finanzierung geht oder halt um diese Camp-Versicherung, die mit der Finanzierung einhergeht. Eine Marke fehlt jetzt noch, die auf der Messe auch vertreten sein wird, nämlich Eriba. Es ist ja immer anders zu betrachten als Hymer. Bei Eriba gibt es Aktionen, die liegen mir jetzt zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht vor. Und ich glaube, die sind auch seitens Eriba noch nicht veröffentlicht worden. Und da können wir jetzt auch leider nicht irgendwie darauf zugreifen. Aber da seid gespannt. Da werden wir euch das Ganze noch in die Videobeschreibung packen. Das heißt, guckt da bitte unten rein. Die müssten auch jetzt dann drinnen stehen. Es ist auch nicht so kompliziert wie bei den anderen Herstellern. Und somit soll ein kurzer Blick auch genügen, um für Eriba dann auch alle Informationen zu haben. Ich hoffe, euch hat das Video grundsätzlich gefallen. Wie gesagt, wir machen euch nochmal hier eine kleine Übersicht an die einzelnen Aktionen, die die einzelnen Hersteller haben. Also Detlefs, Laika und Hymer. Also Hymer ist ja überschaubar. Laika ist, glaube ich, auch nicht so kompliziert. Und Detlefs, da muss man sich einfach ein bisschen einlesen. Die haben ja auch viele Sparten, die es da zu bespielen gibt. Deswegen ist es auch dementsprechend umfangreich. Was euch dann zum Schluss interessiert oder wo ihr vielleicht noch Fragen habt, schreibt es uns in die Kommentare. Wir versuchen natürlich darauf zu antworten. Aber ganz, ganz wichtig und das meine ich wirklich ernst. Wir werden jetzt zur Messe richtig viel produzieren. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Neuheiten, die wir euch präsentieren. Auch zu unserem Neuheiten-Video. Das bitte ich euch dann unbedingt nochmal auszuchecken. Denn da wird es auch einiges geben, was vielleicht für euch interessant ist. Deshalb unseren Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr genau diese Videos, die wir jetzt innerhalb der Messe produzieren, nicht mehr. Und wir freuen uns natürlich über euer Feedback in den Kommentaren. Und selbstverständlich, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst. Somit bis bald.